Was wir hier sehen oder hören können, ist ein Funkempfänger, der in Kiel steht und der auf 27.795 KHz eingestellt ist. Das liegt grob im 10 Meter Band und diese Frequenz ist reserviert für Funklautsprecher, also kabellose Mikrofone und Tonübertragungssysteme. Und was wir hier hören, ist eine Kirchenpredigt aus Irland. Das deckt sich auch mit den Ausbreitungsbedingungen im 10 Meter Band, die aktuell auf 10 Meter eben so sind, dass es plausibel ist. Also wir können in Kiel die Predigt einer irischen Kirche hören.